Jo, schönen guten Tag der ERA ist wieder da. Wir spielen Kingdom Come Deliverance und für alle die die letzte Folge gesehen haben, ja die werden sich jetzt wundern, dass ich jetzt wieder hier bin. Ich bin wieder vor der Höhle, bevor ich mit Stinker gesprochen habe. Ich kann euch sagen, ich hatte schon eine halbe Stunde weiter gespielt, hatte alles aufgenommen und das war der Moment, an dem das Spiel abkackte und die Aufnahme hinüber war. Und ich hatte zwar noch einen Speicherpunkt ein Stück weiter hinten, dann würde er aber tatsächlich was finden, äh fehlen, finden. Und vor allem, dieser Logikfehler im Spiel hat mich ja echt genervt, dass ich diesen Schatz nicht heben konnte. Und deswegen habe ich gesagt, okay, dann werden wir jetzt mal dem Logikfehler widersprechen. Also weil, wie gesagt, ich sehe das persönlich, das sehe ich als persönliche Erfahrung. Ich kann durchaus auch mit den schlechten Konsequenzen leben. So, also ich kann durchaus damit leben, wenn ich hier manchmal Scheiße baue und irgendwelche Leute erschlage und so. Ähm, das ist alles okay. Was ich halt wirklich tatsächlich nicht kann, ist dieses, ähm, Logikzeug. Wenn ich jetzt einfach hier das nicht auf die Reihe kriege, ähm, diesen Schatz zu heben, weil ich mit ihm gesprochen habe, wo er ganz anders ist. Also das ist, macht keinen Sinn. Deswegen, ich gehe jetzt diesen Schatz heben. Ich hatte das ja wirklich für mich auf der Agenda, das zu machen, wenn es so weit ist. Nichtsdestotrotz, insofern, ähm, ja, äh, mache ich das jetzt schnell noch. Das Gespräch kürzen wir dann einfach ab und dann geht es ganz normal weiter. Ähm, das ist halt der große Nachteil von diesem Spiel. Dadurch, dass man halt nicht spontan immer mal eine Speicherung zwischenschmeißen kann, ähm, muss ich dann den ganzen Kram immer weitermachen. Ihr habt das ja bei mir bestimmt schon gesehen, wenn ich an anderen Let's Plays, läuft das ja dann immer so, dass ich dann einfach nach jeder Folge mir einen Speicherpunkt setze, sodass ich, wenn in der Folge was schief geht oder da ein Spiel abkackt, weil das passiert öfter, auch Elex ist mir öfter abgeschmiert, aber dann konnte ich halt einfach, äh, die Folge nochmal neu aufnehmen. Das kann hier durchaus passieren, dass man dann relativ lange einfach zu gar nichts kommt. Also das ist, äh, echt krass. Dann muss man halt wirklich nochmal komplett neu anfangen. Und das finde ich persönlich nicht schön. Aber gut, das ist halt so. So, das ist ja ansonsten auch Teil von diesem Spielkonzept und spielt ja durchaus eine große Rolle. So, an der westlichen Ecke sollen wir schauen. So, wo hat er denn den Schatz? So, was... Die Karte sagt, ja, hier irgendwo. Na, siehst du mal. Läuft das denn da stehlen? Ein robuster Gumbel Song. Den muss ich da... Den Gumbel Song brauche ich nicht, oder? Ich habe da hier... Was habe ich? An schweren, geführten... Ja, der ist besser. Insofern ist es egal. Gut, dann hätten wir das nämlich auch erledigt. Und jetzt reiten wir zurück in die Wälder. Und machen schnell noch den Stinker. So, Moment. Ich setze mich einfach mal wieder einen Wegpunkt. Dann weiß ich ungefähr, wo ich hin muss. Ja, tut mir leid, dann müsst ihr euch den Weg jetzt leider nochmal reintun. Kann ich jetzt auch nicht ändern. Sondern, ja... Ist halt manchmal so, ne? Das ist frei so. So, ach ja, das war ja wieder diese... Der lustige Restrampe hier den Hügel hoch. Mal schauen, ob wir da irgendwie einen Weg finden, wie wir da hochkommen können. Ist schon ganz schön steil. Boah, ey, ehrlich jetzt? Lasst mich raus! Oh, Leute, ey! Ja gut, dann reiten wir noch ein bisschen am Fluss entlang. Und dann, sobald es sich mal anbietet, biegen wir mal ab. Boah, das ist doch scheiße hier. Na, komm. Also das mit den Büschen... Na klar, ist das realistisch, aber es ist echt anstrengend. Und dann hüpft der Gaul den Berg hinauf. Immer weiter. Lauf, lauf, lauf! So, na dann, brettern wir mal durch den Wald. Ach hier, das ist die Klapp-Klapp-Flussabteilung gewesen. Och, jetzt ist Pebbles kaputt. Hört ihr da also wieder das Mührad? Da sind wir schon wieder da. Das ging doch schnell. So, wie gesagt, Gespräch kürze ich ab. Für alle, die jetzt gerade zum 1. Mai hier eingeschalten haben, ähm, bitte letzte Folge gucken. Da kann man hier das Gespräch mit Stinker komplett sich angucken. Kann man sich komplett durchziehen. Ich nehme auch immer die gleichen Optionen. Weil das kein Thema machen wir so. Aber... Ja, wie gesagt, das kürze ich jetzt ab, weil... Hatten wir schon. So. Und dann haben wir eben die Rübe runter, für alle, die das erste Mal da sind. Er hat mich drum gebeten. Und ja, er hatte tatsächlich, glaube ich, nichts Spannendes. Er hatte hier noch ein paar Groschen, die wir mitnehmen können. Ja, mit Jagdstiefel. Jagdhandschuhe waren durchaus nicht ganz zu verachten. Aber achten... Ja. Das lasse ich einfach jetzt hier. So. Das heißt für uns, wir gehen jetzt zurück und haben jetzt eine... eine neue Mission. Die da lautet... Wir müssen... Erkundige, ich bin bei der Windmühle nach Timmy. Okay. Aber erstmal machen wir wieder nach Ledetschko. Weil ich kann euch sagen, ich habe dann in meinem Teil, der jetzt quasi verschütt gegangen ist, erstmal noch ein bisschen Missionen in Ledetschko gemacht. Einfach, weil ich ja gesagt habe, Nebenquests werden jetzt an den Orten, wo mich die Hauptquests hinführen, direkt mit abgefrühstückt. Deswegen, in Ledetschko gibt es noch ein paar lustige Aufgaben. Eine davon werde ich euch gleich zeigen. Die fand ich ziemlich witzig. Die fand ich tatsächlich ziemlich gelungen. Mal gucken. Aber jetzt sind wir ja schon im Bereich Dinge, die neu sind. Wenn denn irgendwann der Ladebildschirm aufhört. So, guck mal. Und zwar hatte uns ja hier der Kollege was von Klötze erzählt. Und ich habe das letzte Mal dann einfach mal eine Runde Klötze gespielt. Ich kann euch sagen, ich war richtig scheiße. Ich bin da echt schlecht drin, aber... Ich zeige es euch trotzdem. Wir spielen jetzt eine Runde Klötze. Hier. Salve. Hab's mir überlegt. Ich würde gerne Klötze spielen. So, so. Bist du sicher? Na klaro. Was geht's? Dann komm. Ah, noch ein Klotz. Sehr gut. Nun musst du mindestens 10 Groschen setzen. 50 höchstens. Schützen treten zeitgleich drei an. Der Sieger kriegt das Dreifache vom Einsatz. Der Zweite zumindest, was wir gesetzt haben. Also, wie viel setzt er? Ähm... 10. Ich bin echt schlecht. Ich kann euch sagen, ich bin echt mies. Was das angeht. Weil das sind bewegte Ziele. Relativ klein. Auf Entfernung. Guck mal. Da hinten sind die Klötze, auf die wir schießen sollen. Ich wollte den Bogen runternehmen. Vielen Dank. Und das war der erste Schuss drüber. Oh, habt ihr das gesehen? Das war doch drinnen, Leute. Erzähl doch keinen Mist. Was? Drüber? Seid ihr bekloppt? Treffer. So, na gut. Ja, aber ich habe eben schon sechs Pfeile geschossen für zwei Treffer. Also, ich habe schon festgestellt, am günstigsten ist hier dieses Doppelpack, was da schwimmt. Die sind schon relativ günstig. Wieder daneben. Ich weiß gar nicht, wie ich den jetzt habe daneben geschossen. Drei. Na gut. Ich bin jetzt übrigens schon besser als bei meinen ersten Versuchen, kann ich euch gleich sagen. Oh, jetzt. Hey. Guck mal, was mir wird noch ein Profi. Was? Der war zu flach. Der war zu flach. Ich habe keine Ahnung, warum der jetzt so flach kam. So, guck mal hier. Treffer. Hey, Leute. Ich bin richtig gut. So gut war ich übrigens bei meinen ersten Versuchen nachweislich nicht. Jawohl. Sieben. Hm, 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 hm. Mann, 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 Mann. Ist was, was denn los? Habe ich heute einen Glückstag oder was? Ich habe auch beim ersten Versuch einfach viel mehr Stress gemacht, als die Sache wert ist. Aber hier ist durchaus noch ein bisschen Zeit. Aber guck mal, die haben halt noch viel mehr Schüsse übrig. So. Treffer, Treffer, Treffer. Der ging drüber, was? Das war der beste Schuss. Ich habe mich festgesetzt. Lauf, Junge, lauf. Hä? Wie konnte ich denn den jetzt versemmeln? Neun. Dann muss ich jetzt fertig werden. Zehn. Zu kurz. Mist. Zehn. Ja, zehn ist gar nicht schlecht. Zehn ist nicht schlecht. Letzter Pfeil. Treffer. Jawohl. Ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen, Leute. Jetzt kann ich sagen, die erste Runde habe ich komplett auf den Tag gekriegt. Gut gemacht, Heinrich. Du bist Erster. Scheint, als wärst du ein waschechter Schütze. Im Vergleich zu mir bist du zwar immer noch ein Milchbarer. Ja. Trotzdem nicht schlecht. Da, dein Gewinn. Hoffentlich spielst du damit wieder mal eine Runde. Cool. Also ich kann euch sagen, der Vorteil ist, das Spiel macht unheimlich Spaß. Also das ist so ein Minispiel, was echt richtig, richtig gelungen ist und total viel Feeds macht. Genau. Als nächstes kann ich euch sagen, habe ich hier die Quest beim Schmied gemacht. Ähm, das war so das, was ich letztes Mal auch noch aufgenommen habe. Ähm, und ja, das werde ich jetzt einfach mal noch angehen hier. Warte mal, ich will mal kurz auf die Karte gucken. Ne, lass mal Richtung Stadt. Ach, grandios. Da freue ich mich. Das hat Spaß gemacht. Cool, ich habe ein Klötzespiel gewonnen. Ja, es ist, äh, es ist echt fordernd. Also ich kann euch sagen, es ist, äh, nicht so einfach, wie es aussieht. Wenn man so ein mieser Bogenschütze ist, wie, äh, meine wenig. Oh, ho, 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 ho. Jetzt presche ich hier durch die Wirtsstube durch. Genau, und jetzt muss ich hier runter. Genau. Habe ich's doch. Ja. Also wenn ihr jemals dieses Spiel spielt und ihr kommt nach Ledetschko, ihr müsst Klötze spielen. Das ist, äh, das beste Spiel, was es hier gibt. Spielt eine runde Klötze. Das geht immer. Ne, die Wirtsquest tatsächlich, äh, die Schmiedequest hier fand ich echt cool. Also die hat mir Spaß gemacht. Beziehungsweise war halt wieder eine schöne durchdachte. Was? Ich bin jetzt über den falschen Zaun gehüpft. Was mache ich denn für einen Blödsinn? Ja, ich glaube, ich bin besoffener als mein Char gerade. So, ich wollte nämlich mit dem da reden. Guten Tag. Guten Tag. Plagt dich etwas? Plagen wär zu viel gesagt, Jungchen. Hab bloß was über den Schmied aus Sarsau-Leuten gehört, was mir den Schlaf braucht. Was denn genau? Das heißt, er murmelt Zaubersprüche, wenn er seinen Stahl härtet. Das wär unzerbrechlich wird. Mhm. Mhm. Na, wenn's dich so stört, dann geh der Sache nach. Das sagst du so leicht. Musst zu viel arbeiten. Und überhaupt, kann er nicht einfach so rumschnüffeln. Der hört mir nix erzählen. Hexerei, um Stahl zu härten? Klingt für mich nach dem Geschwätz alter Weiber. Aber wenn's doch alle sagen. Das heißt, er murmelt dauernd bei der Arbeit. Der wischt ihn wieder dabei, hört er auf und guckt schälen. Vielleicht betet er bloß. Irgendeine Hilfe bekommt er. Sei es jetzt aus dem Himmel oder von viel weiter unten. Und, äh, wie könnte ich dabei helfen? Kinderleicht. Geh hin und finde raus, ob an der Sache was dran ist. Ja, Fragen kostet nichts. Nur plapper nicht direkt was von Hexerei. Ich bin nicht auf den Kopf gefallen. Gut, gut. Was Sorgen angeht, das soll nicht ein Schaden sein. Wenn du weißt, was Sache ist, will ich dir vergelten. Also gut. Ich sehe mir an, was an der Sache dran ist. Gut, aber fall nicht mit der Tür ins Haus. Lamiere dich da nicht. Oder mich. Das Gliechen. So, genau. Also. Das heißt, wir müssen mal schnell nach Sasau reiten. Das war aber tatsächlich nicht das Riesenthema. Das war einfach nur so eine Zeitproblematik. Und in Sasau können wir dann auch gleich noch mal eine Runde einkaufen gehen. Ich brauche noch mal Bücher zum Beispiel. Wäre ganz schön. Dann hätte ich gerne noch was. Aber das kriegen wir auch hin. Wach? Hier gab es ja das Lesebuch 3 auf jeden Fall. Ach, die Ladebildschirme des Todes hier. Das ist doch nicht euer Ernst. Macht mal los jetzt. Gut. Genau. Hier ist der Schreiber. Und der Schreiber hat auch, glaube ich, irgendwie noch eine Mission. Zumindest ist er als Missionsgeber angezeigt. Nee, ist er nicht. Hi. Ich hoffe, ich kann dir zu Diensten sein. Unbedingt. Der hatte nämlich dieses da. Jetzt habe ich natürlich meine Bücher alle auf dem Gaul. Keine Frage. Die will ich ja aber jetzt gleich verkaufen, weil brauche ich ja nicht mehr. Hier das Lesebuch 2 kann weg. Marathon kann weg. Und die Predigten. Wo sind denn die Predigten hier? Die können auch weg. Und ich kann auch gleich mal meine ganzen Klamotten wieder rumnehmen. So, dann kann man sie nämlich gleich wieder umziehen. Ich will es. Ich lege da übel Wert drauf. Aber, ja, wenn es ein paar Cent spart, warum nicht, ne? Muss man mir lassen. Ich bin gut angezogener. Was auch immer. So, okay. Das ist immer noch seltsam so mit meiner ganzen Glatze. So, das Lesebuch wollte ich haben. Den Rest brauchen wir nicht. Und verkaufen können wir die ganzen Sachen. So, und dann haben wir hier nämlich so... Na, gucken wir mal. Ja. Na klar, Rupuparu. Guck mal hier. So machen wir das. Na, fast. Mal 2.30. Gut. Dann haben wir hier nämlich das Lesebuch. Drei. Wer, 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 wer ist denn hier der Questgeber? Also Questhinweisgeber. Der ist irgendwo hier drin, oder? Das verstehe ich gerade nicht. Gucken wir mal. Bist du das? Ach, hier. Der Vogt ist es. Ah, hallo Vogt. Ey. Und sein Geist. So. Geht hier etwas Interessantes vor sich? Na ja, da gibt es diese zwei Taugenichts aus Skalitz. Hm, unsere Kumpels. Sie sind kein Dorn im Auge. Ich bedauere ja, was ihnen widerfahren ist, aber genug ist genug. Sie stellen pausenlos Unfug an. Früher oder später erwische ich sie auf frischer Tat. Und dann wird es ihnen leid tun. Ja, ja, Matthäus und Kollegen. Ja, da muss ich dann mal was unternehmen, aber das ist jetzt leider noch nicht so weit. Ähm, weil hier gab es dann noch irgendwo einen Händler. Ich würde dann nur ganz gerne nochmal nachschauen. Da unten war der Händler. Einfach nur mal so aus Interesse, ob die noch was zu haben zum Kaufen. Ich würde Wert legen auf Bücher. Weil das ist schon eine gute Möglichkeit, um hier ein Stück weit vorwärts zu kommen. Hallo, junger Mann. Was hat er denn? Er hat nur Pfeile. Rüstung. Ja, die haben immer das gleiche Sortiment. Ich werde jetzt mal so ein Gegenmittel kaufen. Einfach nur, damit ich eins habe. Speisen des Herkules. Das habe ich schon gelesen. Schade. Naja, gut. Dann nehmen wir noch die hochwertigen Pfeile dazu. Zack. Und dann wird hier noch ein bisschen gefeilscht. Reden wir über den Preis. Hm. Ist gut. So. Ist das genug? Das ist zu wenig. Quatsch. Guck mal. Siehst du? Ich wusste, wir werden uns einig. Tata, tadam, tadam, tai, tai. Achso, ich muss ja die Pfeile auch wieder ausrüsten. Ich habe noch keine Pfeile drin. So, jetzt gehen wir noch zum Schmied. Das machen wir noch. Also das ziehen wir jetzt noch durch. Würzeln. Ich müsste eh noch mal beim Schmied dann auch noch mal einkaufen. Ich bräuchte noch ein Rüstungsset oder sowas. Himmel, pass auf, wo du hingehst. Na. Lauf schneller, Junge. Der ist schneller als ich. Ein Dieb. Was? Ich kriege den nicht. Jetzt. Hey, ich bin hier der Box-Champion von Rattheim, mein Freund. Hm. Du hast ihn laufen lassen. Einfach so? Und, hast du die Beute? Ja, na klar. Habe ich. Hier, bitte. Danke, diese diebische Elster. Man kann niemandem mehr trauen. Damit du weißt, dass ich nicht geizig bin. Eine Kleinigkeit. Danke. Naja, gut. Schnappen wir uns halt noch so einen Dieb. Ja, und wenn ich jetzt so richtig auf die Uhr gucke, sage ich jetzt spontan, ach, weiß was, dann machen wir das nächste Mal weiter hier mit dem Schmied. Ich sage vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Der Ära.